beschlossen haben, auch der gemeinsame Schutz vor Terrorismus, vor Terrorismus. ...nah aus diesem sehr umfangreichen Eckpunktepapier, was die Details schon regelt, auch schnell einen Gesetzentwurf vorlegen können, damit wir Fachkräfte, Arbeitskräfte in Deutschland einen unbürokratischen und schnelleren Zugang als bisher gewähren können und damit die zwingend notwendigen Lücken schließen können. Damit würde ich weitergeben an Frau Stark-Watzinger und bitte wundern Sie sich nicht, Frau Stark-Watzinger muss im Anschluss zur Regierungsbefragung, falls sie also das Podium verlässt, ist das nicht gegen uns alle hier gerichtet. Ja, danke schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Kabinett hat heute etwas auf den Weg gebracht, was längst überfällig ist. In Deutschland sind zwei Millionen Arbeitsstellen unbesetzt. Es fehlen nicht nur Akademiker, sondern in der ganzen Breite. Die Gastronomie muss teilweise schließen, Geschäfte haben nicht mehr jeden Tag offen, weil die Arbeitskräfte fehlen. Hier ist in der Vergangenheit viel liegen gelassen worden. Und deswegen ist es richtig, dass wir heute eben diese Eckpunkte für ein modernes Einwanderungsgesetz mit oder Punkte für Einwanderungsrecht mit Punktesystem auf den Weg bringen, um hier das Land in die Zukunft zu führen. Denn nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit brauchen wir circa 400.000 Menschen pro Jahr, die in Arbeit zu uns einwandern, zusätzlich zu dem inländischen Arbeitskräftepotenzial, das wir heben wollen. Und natürlich ist es so, dass wir die Zuwanderung erleichtern wollen, indem wir eben die Verfahren auch flexibilisieren. Die Anerkennung wird zukünftig auch noch eine ganz große Rolle spielen, aber sie muss schneller werden und sie muss einfacher werden. Und den Berufen, die nicht reglementiert sind, wird in Zukunft also auch die Zuwanderung möglich sein in den Arbeitsmarkt ohne vorherige Anerkennung. Wir wollen auch die Verfahren bei teilweise Gleichwertigkeit von Qualifikationen erleichtern, damit man nach Deutschland kommen kann. Und ich möchte aber auch betonen, wir wollen gleichzeitig einen Anreiz schaffen, dass Anerkennung dann stattfindet. Denn das ist eine wichtige Erteilung, auch Integration zu machen und dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Das muss ja unser Ziel sein. Das heißt, wer auch in nicht reglementierten Berufen die Anerkennung anstrebt, kann dann auch schneller dauerhaft bleiben. Ja, und neben der Flexibilisierung geht es auch um die Beschleunigung der Verfahren, Digitalisierung. Hier wollen wir also auch mit der Plattform, mit dem Informationsportal Anerkennung in Deutschland den zentralen Einstieg dann auch schaffen für die digitale Antragstellung. Ein letzter Punkt ist mir noch wichtig. Wir wollen früh anfangen, nämlich die Bildungszuwanderung auch zu erleichtern, für Studierende und Azubis attraktiv zu sein und hierher zu kommen. Denn Studierende und Auszubildende, sie sind die Fachkräfte von morgen. Deswegen ist heute ein guter Tag, dass wir das große Thema Fachkräftemangel in Deutschland angehen und diese Eckpunkte auf den Weg gebracht haben. Sie dürfen jetzt entscheiden, Herr Habeck. Wer zuerst spricht? Eigentlich waren Sie vorgesehen. Nein, Hubertus, komm. Ich hätte das uns abgebunden. Okay, dann nehme ich den Ball von Bettina Schack-Wachsinger auf und das federführende Ressort, das von Hubertus Heil, sammelt noch mal alles ein und spielt es weiter in das Gesetzgebungsverfahren. Vielleicht darf ich mit einem Dank beginnen an Hubertus und sein Haus, aber auch an die Kolleginnen und ihre Ministerien und auch das Auswärtige Amt, das jetzt nicht dabei ist. Das war wirklich gutes Teamwork. Es war ein Gesetz, so wie Bettina Schack-Wachsinger gesagt hat, ein Gesetz, das ja längst überfällig ist. Nichts an dem, was wir heute diskutieren, ist erst gestern entstanden oder ist irgendwie überraschend. Dass wir ein demografisches Problem bekommen werden, wissen wir seit Jahren, aber es wurde nicht genug unternommen und vielleicht darf ich das auch gleich politisch vorweg sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Eckpunktepapier und dieses Gesetz nur in dieser Regierungskonstellation entstehen konnte. Es ist ein Gesetz, das nach vorne weist, das offensiv ist, das offensiv für eine Gesellschaft der vielen wirkt und sagt, wir brauchen die Fachkräfte auch aus anderen Regionen der Welt. Also danke für die gute Kooperation. Um vielleicht einmal die zwei Millionen Zahlen, die die Bildungsministerin genannt hat, an zwei Beispielen zu unterlegen. Wir haben im Moment im Bereich von IT-Spezialisten 100.000 offene Stellen. Jetzt im Moment, heute sozusagen und im Bereich von Solar- und Windenergie über 200.000 offene Stellen. Das heißt übersetzt, selbst wenn wir als Politik alles richtig machen, was ein hoher Anspruch ist, aber alle Förderprogramme laufen, alle EEG-Umlagen werden richtig umgesetzt, alle Gebäudesanierungsmaßnahmen werden umgesetzt, die Konjunktur erholt sich wieder. Wir schaffen es, aus der Rezession in einen Aufschwung zu kommen. Ohne weitere Fachkräfte werden wir wirtschaftspolitisch nicht vorankommen. Das heißt, wir sind genötigt, hier schnell und entschlossen zu agieren. Neben der aktuellen Herausforderung, den vielen Krisen, die wir zu bewältigen haben, gibt es für die Wirtschaft drei große Wandelprozesse, die immer mit D anfangen. Die Digitalisierung, die Dekarbonisierung und den demografischen Wandel. Letzteres adressieren wir mit diesem Eckpunktepapier mit einem Grad der Entschlossenheit, wie er davor noch nicht da war, in Deutschland nicht zu erkennen war. Wir werden die Grenzen und die Schwellen für Zuwanderung senken, wir werden die Integration verbessern und wir werden darauf achten, dass die Verfahren schnell und pragmatisch umgesetzt werden. Das, was wir auf dem Weg hierher gelernt haben, auch in der Zusammenarbeit miteinander war, dass man sich um die konkreten Details politisch kümmern muss. Und ich glaube, das ist das, was wir uns auch für den Prozess nach dem Gesetz hinter die Ohren schreiben sollten, dass wir nicht einfach sagen, hier ist ein Gesetz fertig, ist gut gemacht, hoffentlich wird es gut gemacht und jetzt müssen die Dinge sich alleine entwickeln, sondern wir müssen das eng politisch begleiten und immer überall da, wo Probleme auftreten, wo die Digitalisierung nicht vorankommt, wo wir wissen von Menschen, die wegen des Gesetzes nach Deutschland kommen wollen, aber irgendwas scheitert, dass wir uns da direkt politisch darum kümmern. Diese Aufgabe hat höchste politische Priorität aus Sicht der Wirtschaft und aus Sicht des Wirtschaftsministers. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung. Und wir erleben heute schon, dass in vielen Bereichen, in Restaurants, in Kneipen, auch in der Kinderbetreuung, in der Pflege, vor allen Dingen im Handwerk, Robert Habeck hat das beschrieben, auch in der öffentlichen Verwaltung händeringend Fachkräfte gesucht werden. Und die Entwicklung fängt erst jetzt an. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat berechnet, dass uns bis zum Jahre 2035 sage und schreibe sieben Millionen Fachkräfte fehlen können. Deshalb haben wir die Fachkräftestrategie der Bundesregierung neu aufgestellt. Wir werden alle Register ziehen, die Potenziale im Inland zu heben, von der Ausbildung über die Weiterbildung, über die Werbsbeteiligung von Frauen, über die Inklusion am Arbeitsmarkt. Gilt es, alle Register zu ziehen, damit dafür gesorgt wird, dass Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird. Und wenn wir das alles getan haben, wird es nicht reichen. Wir brauchen ergänzend qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Mit diesem modernen Einwanderungsgesetz, das wir heute vorliegen, gehen wir einen großen und wichtigen Schritt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Einwanderung nicht nur irgendwie bürokratisch hinnehmen wie in der Vergangenheit, sondern wir werden für unseren Wohlstand das Wachstum in Deutschland Arbeitskräfte anwerben müssen. Wir müssen Einwanderung wollen von qualifizierten Fachkräften. Sonst kriegen wir den Wohlstand und die soziale Sicherheit dauerhaft nicht gewährleistet. Das geht vom Wachstum bis hin zur Stabilität der Rentenversicherung. Was machen wir im Einzelnen mit diesem Gesetz? Wir sorgen zum einen dafür, dass das bestehende Fachkräfteeinwanderungsgesetz massiv entbürokratisiert wird und Schwellen gesenkt werden. Da geht es um die Menschen, die eine anerkannte Qualifizierung haben, die nach Deutschland kommen wollen. Da werden Schwellen gesenkt im Einklang mit dem europäischen Recht. Zweitens. Wir sorgen dafür, dass Menschen, die eine Ausbildung haben und Berufserfahrung nicht aus dem Ausland ein langes Anerkennungsverfahren durchlaufen können, sondern dass sie hier in Deutschland arbeiten können und ihr Anerkennungsverfahren hier in Deutschland durchführen können. Wer einmal weiß, wie komplex Berufsanerkennung im deutschen System ist, weiß, dass das ein wichtiger Schritt ist. Drittens. Wir sorgen mit der Chancenkarte dafür, dass nach einem transparenten Punktesystem moderne Einwanderungspolitik nach Deutschland stattfinden kann. Deutschland braucht in Zukunft alle helfenden Hände und klugen Köpfe. Die Vorstellung, dass übrigens per se alle Fachkräfte der Welt nach Deutschland kommen wollen, ist leider eine Illusion. Ich sage es leicht scherzhaft. Es gibt nur 100 Millionen Menschen auf der Welt, die die deutsche Sprache sprechen. 80 Millionen wohnen schon bei uns, ein paar in Österreich, ein paar in der Schweiz. Ich will damit sagen, dass wir im Verhältnis zu anderen klassischen Einwanderungsländern, die angelsächsisch geprägt sind in der Sprache, spanisch oder französisch, schon einen Wettbewerbsnachteil haben. Umso mehr brauchen wir alle Kraftanstrengungen mit einem modernen Gesetz und mit der Umsetzung des Gesetzes. Da werden wir in der Bundesregierung mit der Wirtschaft gemeinsam daran arbeiten, dass wir eine ordentliche Anwerbestrategie haben, mit gezielten Aktionen in bestimmten Ländern, in denen wir bestimmte Fachkräfte sehen und zu uns holen wollen. Mit dem Thema Visumserteilung, an dem das Auswärtige Amt arbeitet. Wir können nicht Fachkräfte anwerben und dann müssen die ewig auf ein Visum warten. Deshalb arbeitet Annalena Baerbock mit Macht und Kraft an der Beschleunigung dieser Verfahren, an der Digitalisierung dieser Verfahren. Beim Thema Berufsanerkennung. Ich will das zum Schluss sagen, meine Damen und Herren, die Botschaft dieser Koalition an unser Land ist, wir werden das Thema Fachkräftesicherung mit Macht vorantreiben müssen, um Wohlstand zu sichern. Aber wir müssen der Realität ins Auge sehen, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Das braucht auch Akzeptanz, denn am Ende kommen nicht nur Arbeits- und Fachkräfte, es kommen Menschen. Das heißt, man muss Integration auch anbieten. Und man muss eines klarmachen, die Akzeptanz in Deutschland muss erhalten werden. Deshalb haben wir im Gesetz und werden dafür sorgen, dass wir Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten ermöglichen. Aber das darf nicht missbraucht werden zur Lohndruckerei auch. Auch dafür ist im Gesetz Vorsorge getroffen. Wie geht es weiter? Wir haben heute die Eckpunkte besprochen. Wir werden zeitnah daraus einen Gesetzentwurf machen. Wir werden ihn Anfang des Jahres in den Deutschen Bundestag einbringen. Und ich bin mir sicher, dass dieses moderne Fachkräftegesetz einen wirklichen Beitrag zur Wohlstandssicherung in Deutschland leisten wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch einen kurzen Moment Zeit für Fragen. Ich würde Sie bitten, Fragen zum Thema zunächst zu stellen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, würden wir nochmal öffnen für andere Themen. Gegebenenfalls. Sie hatten sich... Nein? Entschuldigung. Wegener, Deutsche Presseagentur. Zwei Fragen, wenn ich darf. Nach der heftigen Kritik der Union und angesichts der Erfahrungen mit dem Bürgergeld erwarten Sie, dass Sie Kompromisse auch bei diesem großen Gesetzeswerk mit der Union machen müssen? Und vielleicht nochmal konkret eine inhaltliche Frage. Ist es in Ihren Plänen so vorgesehen, dass man dann zum Spracherwerb nach Deutschland kommen darf und nebenher schon arbeiten? Wenn ich das beantworten darf, Herr Wegner, zum Ersten. Die Frage müssen Sie an die Union richten. Ich habe ja in den letzten Tagen sehr viel gehört vom Vorsitzenden der CDU-Fraktion über das Thema ökonomischer Sachverstand. Und der hat meinen Kollegen Habeck angegriffen, uns als Bundesregierung, was ökonomischen Sachverstand betrifft. Das ist der Mann, der bei der Energieversorgung, wenn er das Sagen gehabt hätte, dafür gesorgt hätte, dass die Speicher jetzt leer wären. So viel zum ökonomischen Sachverstand. Und ich fordere die andere große Volkspartei auf, sich zu entscheiden. Es ist ein Weg der ökonomischen Vernunft, dass wir qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland ermöglichen. Und ich setze darauf, dass der noch vorhandene ökonomische Sachverstand der Union auch mithilft, dass die andere große Volkspartei mitgibt. Das ist besser für die Akzeptanz des Weges, den wir gehen. Aber die Frage richtet sich an die Opposition. Ich kann deren Meinungsfindung nicht vorwegnehmen. Zur anderen Frage. Ja, in der Chancenkarte gibt es unterschiedliche Wege, nach Deutschland zu kommen. Es gibt einen Kriterienkatalog. Und wenn man bestimmte Kriterien davon erfüllt, hat man die Chance, nach Deutschland zu kommen. Das Kriterium ist entweder Ausbildung oder Berufserfahrung oder Sprachkenntnisse oder Deutschlandbezug oder auch Alter. Wenn Sie drei von diesen Kriterien erfüllen, haben Sie die Möglichkeit, mit der Chancenkarte nach Deutschland zu kommen. Wir wissen, dass Sprache für Integration ganz, ganz wichtig ist. Aber wir wissen auch bei IT-Fachkräften beispielsweise, dass es nicht sofort notwendig ist, dass sie Deutsch sprechen. Die sprechen meistens Englisch. Und im Wissenschaftsbereich ist das, glaube ich, auch in vielen Bereichen so. Und dann können wir in Deutschland auch ermöglichen, deutsche Sprache zu erlernen. Das ist für die Integration ganz wichtig. Aber es ist nicht das einzige EU-Kriterium, was da ist. Aber im Gegenteil. Wenn man gut Deutsch spricht, hat man schnell die Möglichkeit, hierher zu kommen. Es gab eine weitere Frage. Christophe Bourdoiseau aus Frankreich, Liberation. Ich hätte eine Europa-Frage. Sie machen eine Offensive zu mehr Zuwanderung. Es gibt wahrscheinlich Millionen Menschen, die ja in Deutschland kommen. Die werden auch deutsch, schnell. Nur, wenn die deutsch werden, werden die auch Europäer. Meine Frage ist, haben Sie mit Ihren Nachbarn gesprochen? Über diese Frage, ob Sie da vielleicht was dagegen haben? Also, ich kann nur eines bestätigen. Im Rat der Arbeits- und Sozialminister in Europa haben wir alle inzwischen dasselbe Problem. Europa ist nicht der jüngste Kontinent der Welt. Und auch in Mittel- und Osteuropa beispielsweise. Wir haben ja in den letzten Jahren von der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Freizügigkeit auch schon sehr profitiert, die es in der Europäischen Union gibt, als deutsche Volkswirtschaft. Ist es inzwischen so, dass die auch händeringend Arbeits- und Fachkräfte suchen. Ob ich jetzt mit meinen finnischen Kollegen spreche, meinen spanischen oder italienischen. Und deshalb habe ich erlebt, dass der Weg, den wir gehen, der sich auch an Vorbildern in anderen Ländern orientiert, begrüßt wird. Denn es geht um qualifizierte Zuwanderung. Es geht auch um Ordnung von Zuwanderung an dieser Stelle. Und deshalb rechne ich mit einer breiten Unterstützung. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass die größte Volkswirtschaft im Herzen Europas seine Wettbewerbsfähigkeit, seine Wirtschaftskraft durch gezielte qualifizierte Zuwanderung auch erhält. Für meine Seite gut beantwortet. Dann nehmen wir da noch eine weitere Frage. Sie haben eben schon gesagt, es ist nicht unbedingt so, dass alle nach Deutschland wollen, dass sich alle darum streiten. Muss da nicht noch viel mehr passieren? Glauben Sie wirklich, dass dieses Gesetz Deutschland jetzt so rasend attraktiv macht, vor allem was auch die Willkommenskultur angeht? Ich habe es ja vorhin beschrieben. Das Gesetz ist eine notwendige Voraussetzung, dass Einwanderung, qualifizierte Einwanderung nach Deutschland gelingt. Aber es ist keine hinreichende. Das heißt in der Fußballsprache, die Realität ist auf dem Platz. Und deshalb brauchen wir zum einen eine massive Anwerbestrategie, zum zweiten die administrative Umsetzung, die besser werden muss. Das heißt, wir brauchen auch einen anderen Geist. Es geht da nicht um Abwehr, sondern es geht um Einladung. Und wir müssen auch Integration mitdenken. Das ist nicht nur eine Aufgabe des Staates. Es ist eine Aufgabe der Wirtschaft und des Staates gemeinsam und unserer Gesellschaft dafür zu sorgen, dass wir ein offenes Land sind für qualifizierte Zuwanderung, für helfende Hände und kluge Köpfe. Es ist in unserem eigenen Interesse, dass wir das hinkriegen. Aber wir müssen dafür auch einladend sein und nicht abschreckend. Ich habe ja vorhin gesagt, limitierend ist der Faktor Sprache. Ich hoffe, dass in Zukunft mehr Menschen auf der Welt die deutsche Sprache lernen. Auch daran arbeiten wir mit den Goethe-Instituten, mit dem Auswärtigen Amt. Aber wir haben noch einen anderen Wettbewerbsnachteil. Das ist jetzt ironisch. Das Wetter ist manchmal auch nicht so doll wie in anderen Teilen der Welt. Aber wir sind ein großartiges Land. Wir haben Stärken. Wir haben viel zu bieten. Wir haben tolle Arbeitsplätze. Und das müssen wir auch nach außen stehren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine weltoffene Gesellschaft sind in unserem eigenen Interesse. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute viel, viel bekannter ist als vor 20 Jahren in Deutschland, weil das Thema Fachkräfte- und Arbeitskräftesicherung real geworden ist. Und ich glaube, dass kein demokratischer Politiker mehr so dumme Sprüche macht wie Kinder statt Inder oder Ähnliches, wie wir das vor 20 Jahren erlebt haben. Das sollten vernünftige Menschen nicht tun. Und deshalb setzen wir auf eine vernünftige Einwanderungspolitik, die aber, wie gesagt, sich in der Realität des Lebens nicht nur in einem Gesetz, sondern in einer Geisteshaltung, einer klugen Administration und einer vernünftigen Anwerbestrategie zeigt. Aber Sie haben es ja zu Recht angesprochen. Es werden nicht alle automatisch kommen. Das Gesetz ist die Voraussetzung. Das hat mein Kollege Herr Heil gerade beschrieben. Aber wir müssen viel dafür tun. Mein Kollege Herr Habeck macht Anwerbestrategie. Wir müssen gemeinsam mit der Wirtschaft jetzt auch vorangehen. Die Wirtschaft hat uns ja aufgefordert, ein solches modernes Einwanderungsgesetz auch vorzulegen, weil sie eben die notwendigen Arbeitskräfte zwingend braucht. Und wir schaffen jetzt mit dem Gesetz Möglichkeiten auch für die Wirtschaft, beispielsweise über bestehende Ausbildungsverträge, die die Wirtschaft mit Menschen aus Drittstaaten abschließt, hier einen Zugang zu finden. Insofern wird das ja von der Wirtschaft auch sehr begrüßt. Und ich hoffe, dass auch Herr Merz merkt, wie sehr die Wirtschaft dieses Gesetz möchte. Vielleicht darf ich dann noch ganz kurz aus der Praxis die möglichen Wege skizzieren. Erst einmal, das ist mit der Chancenkarte adressiert, sagt das Gesetz, hier ihr seid eingeladen. Wenn ihr bestimmte Vorqualifikationen mitbringt, dann wollen wir euch haben in Deutschland und den Rest machen wir dann hier. Also ein sehr mutiger Schritt. Trotzdem so klug gemacht, dass Lohndumping und ein Unterlaufen von Arbeitsmarktstandards untersagt wird bzw. nicht möglich ist. Zweitens gibt es natürlich auch diejenigen, die schon gut qualifiziert sind, die sich im Internet oder auf dem Arbeitsmarkt umtun und sagen, wir haben ein Interesse, wir würden gerne kommen. Und die haben immer bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, Berufsabschlüsse, Berufskenntnisse oder Einkommensregeln. Die werden herabgesetzt, sodass die Eigeninitiative hierher zu kommen und sich schon als qualifizierter Mensch dann auf dem Arbeitsmarkt zu tummeln, deutlich leichter wird. Und dann drittens, und das ist adressiert worden, reicht es natürlich nicht nur zu sagen, wenn ihr wollt, kommt, sondern man muss die Menschen, die potenziell interessiert sind, adressieren, ansprechen, anwerben. Das wird vor allem von den Auslandshandelskammern gemacht. Also es macht in dem System, in dem wir leben und das ja sehr erfolgreich ist, macht die Wirtschaft selbst. Sie kriegt natürlich staatliche Unterstützung der Botschaften, aber eben auch des Wirtschaftsministeriums. Aber ich würde sagen, einer der normaleren Wege ist, dass Unternehmen mit Partnern im Ausland zusammenarbeiten, dort Menschen entdecken, sie heranführen an ihre Unternehmen und dann ganz häufig verzweifelt wieder alles fallen lassen, weil es an der Bürokratie scheitert, weil die Visa-Anträge zu lange bearbeitet werden, weil wenn die Leute dann hier sind, sie nach kurzer Zeit frustriert wieder abreisen, weil sie im Dickicht von deutschen Sozial- und Rechtsgebung erstitten. Und da setzen wir nochmal konkret an. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir wirklich die Menschen adressieren, dass wir Anwerbestrategien im Ausland darstellen mit der Wirtschaft zusammen. Und dann eben soll dieses Gesetz den Weg nach Deutschland erleichtern bzw. erfolgreicher machen. Es ist eine, jetzt von meiner Seite her gesprochen, eine partnerschaftliche Übung, so wie es die Innenministerin Faeser gesagt hat. Es ist ein Gesetz, auf das die Wirtschaft, ich würde sagen, seit Jahren wartet. Und wenn ich auf die Frage an Hubertus Heil nochmal kurz eingehen darf, wer das nicht unterstützt, unterstützt nicht die deutsche Wirtschaft. Dann haben wir noch eine weitere Frage und danach, denke ich, sollten wir zum Ende kommen. Hallo, Nink van Faschur von NAC Amsterdam. Sie haben gerade angesprochen, dass bis 2035 möglicherweise 7 Millionen Fachkräfte fehlen. Wie wichtig ist es dann, um jetzt zu konzentrieren auf qualifizierte Einwanderung? Weil bis dahin könnte man ja auch unqualifizierte Einwanderer ausbilden und integrieren. Vielen Dank für die Frage, denn man muss die 7 Millionen Schätzungen ja an der Demografie erklären. Ab 2025 werden die geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland, die vor 64 geborene, die berühmten Babyboomer wohlverdient in den Ruhestand gehen. Das waren sehr geburtenstarke Jahrgänge. Ich bin ein bisschen später geboren. Robert Habeck und Nancy Faeser auch. Von unserer Generation gibt es schon weniger. Aber das wächst sich jetzt am Arbeitsmarkt ein Stück durch und das wird heftig werden. Und daraus ergeben sich die 7 Millionen. Wer glaubt übrigens nur mit Einwanderung die Fachkräfteprobleme in Deutschland zu lösen, der hat keine Ahnung vom Arbeitsmarkt. Wir müssen ganz massiv ran an die inländischen Potenziale und brauchen gleichzeitig qualifizierte Zuwanderung. Warum qualifiziert? Weil wir ein hochentwickeltes Land sind, weil es Fähigkeiten braucht. Allerdings werden wir die Hürden runterbringen. Denn qualifiziert ist nicht nur deutsche Ausbildung. Es gibt ganz tolle Ausbildungsberufe in anderen Bereichen. Und wir reden ja auch nicht nur über Akademikerinnen und Akademiker, wir reden über beruflich Gebildete in ganz großem Maße. Das heißt, wir werden schon ein sehr modernes Gesetz schaffen. Aber wir erleben auch, dass die Menschen, die nicht qualifiziert sind in Deutschland, die keinen Berufsabschluss haben, überdurchschnittlich stark im Leistungsbezug sind. Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen, die wir in Deutschland haben, haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und deshalb werden wir mit dem Bürgergeld ja dafür sorgen, dass sie eine Ausbildung nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu kommen, nicht nur in Hilfsjobs. Das heißt, dieses Land braucht nicht, ich sag mal, nur Hilfskräfte, sondern dieses Land braucht gut ausgebildete Menschen. Und die werden wir in Deutschland ausbilden. Und wir werden ausgebildete Menschen aus anderen Ländern holen und auch einladen, in Deutschland zu arbeiten und zu leben. Mir ist der Satz von Max Frisch in Erinnerung. Wir wollen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Das war auf die 60er Jahre gemünzt. Das gilt heute umso mehr. Wenn wir ein Einwanderungsland sind, und das sind wir seit vielen Jahren, wir kriegen jetzt ein modernes Einwanderungsgesetz, dann werden wir Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir werden Integration anbieten, auch erwarten. Das ist notwendig. Es ist ökonomisch vernünftig, es ist auch gesellschaftspolitisch vernünftig. Und dafür werben wir. Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen. Ihnen auch noch einen wunderbaren Tag. Ciao. Dankeschön. Tschüss. So, meine Damen und Herren, dann springen wir doch direkt ins nächste Thema. Diese Stunde ist eine intensive Live-Stunde, habe ich Ihnen ja schon angekündigt. Also, der heutige Tag, nächstes Thema, ist ein teurer Tag wahrscheinlich für eines der Mitgliedsländer der Europäischen Union, nämlich, genau, Ungarn. Es stehen über 13 Milliarden Euro für Ungarn auf dem Spiel. Denn die EU-Kommission hat gerade eben ihre Empfehlung abgegeben, Gelder für Ungarn erst einmal einzufrieren. Es geht um 7,5 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt der EU und um 5,8 Milliarden Euro an Corona-Hilfen. Und da hat die EU-Kommission eben gerade... Und da hat die EU-Kommission eben gerade...